So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich ich stelle einen Jägermantel her. Ihr seht gerade, ich bin hier bei Wiping Butts, das hat auch einen besonderen Grund, weil ich hier nämlich auf Schweinejagd war. Man kann es wirklich so nennen, er ist keins gefunden, irgendwie gefühlt, man kann nicht wirklich sagen, dann kommt ein Schwein, da ist immer ein Schwein, sondern es hat echt mit Glück zu tun. Wir haben aber zwei Knochen gefunden und ein Stück Fleisch. Wie kann ich mir jetzt den Jägermantel herstellen? Ganz einfach, ihr geht auf das Fleisch und dann seht ihr schon, Jägermantel braucht zwei Knochen und ein Fleisch. Dann auf Herstellen und... Ich hoffe, ich konnte euch schon damit helfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr Bock habt auf Custom Games oder zusammen leveln, dann lasst gerne auch ein Abo da, kommt in die Streams, sobald ich mit den Aufgaben und soweit fertig bin. Und dann würde ich sagen, an der Stelle schon mal Danke dafür und ich glaube, hier muss ich jetzt kämpfen. Achtung, wann kommt er? Alter, die Pump ist so assi. Ihr seht schon drei Kills, ich muss mich hier echt ein bisschen beweisen, wie man merkt. Also, in dem Sinne euch noch viel Spaß mit den Aufgaben und haut rein. ... ... ...